damit herzlich willkommen zu einem weiteren abend hearts of iron sage ich immer wenn wir neu starten wenn wir den abend beginnen quasi dann bekommt ihr die session mit jede normale session sollte drei vier folgen sein sind immer sonntags abends 19 bis 22 uhr sowas in diese richtung damit ihr wisst gibt es immer einen kleinen cut ihr bester leider auch nicht da und wir überziehen immer leicht singen meine freundin da angestuft dass wir das nicht machen soll ja jedenfalls da gibt es ein wirtschaftlicher aufbau ja natürlich natürlich das natürlich vordergründig ihre wirtschaftliche aufbau das ganz klar natürlich was sonst einmal kurz hier die pläne amerikas untersuchen wohin die reise geht der sehe nichts was sagen denn die geheimdienst informationen eine eher pro-britische entwicklung eine pro-britische entwicklung bedeutet das ach apropos ja sehr gut nachdem ich die weihnachtsfeierlichkeiten mit meiner werten frau gemahlin und meinen zwei kindern verbracht habe würde ich gern den deutschen kaiser nebst familie am 15 jänner 1937 einladen um auf die hofburg zu Wien zu kommen und dort auch ein bisschen über die zukunft von europa zu sprechen das ist wahrscheinlich sehr gerne ja warum nicht venedig eigentlich ach weihnachten ist schon vorbei äh engländer die briten alter haben auch ein yankee verschluckt dann bin ich verpflanzt die guten herren warum nicht in venedig ist eine gute frage warum in venedig da ist im winter ist venedig kalt und feucht aber schön ja als wien wien angenehmer aber wien ist wie würzburg das ist ja also von der von der von der von der archäologischen archäologische was habe ich gerade gesagt archäologische anatomie nein meinte ich doch nicht archäologische ich meinte natürlich wie sagt man mir ist das wort entfallen von der lage nein 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 ausdiel nein ja ja wer war das ist kein problem ich wollte noch mal die die anderen länder den anderen ländern kurz mitteilen im indochina vietnam jetzt nam laos und kambodscha wurden ja dem osmanischen reich war ich mal versprochen durch den österreichischen kaiser ganz genau trifft das noch zu oder ja das ist das ist immer noch ok weil dann würde das osmanische reich das bündnis des britisch osmanischen bündnisses sogar februar oder märz verlassen die ländereien des indochina zu erringen nur mal als info nicht dass jemand hier irgendwie komische gedanken hat oh warum wird jetzt bündnis aufgelöst das dient nur rein dem eroberungs willen weil in diesem bündnis kann ich keine kämpfe forcieren aber außerhalb des bündnisses müsste dies erfolgen können oh ja ok dann viel erfolg wie gesagt die ländereien denen zustehen dies werden sie natürlich erhalten vielen dank ich wollte bloß ihnen das mitteilen dass es keine missverständnisse gibt das ist immer das beste ohne missverständnisse gibt es keine geheimnisse und ohne geheimnisse muss niemand angst haben richtig das ist die schwelle zur furcht werter kaiser ja lassen sie uns die friedvolle zukunft europas besprechen ja apropos frieden werter kaiser was ist denn was liegt ihnen auf dem herzen ich beeinflusse jetzt schon seit einiger zeit ein bisschen ja ich sehe sie auch japan wie sieht es denn aus mit mit der möglichkeit eines eintritts in die mittelmächte also von japan japan ist sehr verschlossen tatsächlich also die das herz des kaisers zu öffnen ist nicht so einfach die japaner lieben mich von mir steht sie sie haben eine extrem gute meinung vom österreichischen empire ja wenn wir die möglichkeit von österreich aus besteht die japaner anzuladen dann ja das das geht leider nicht weil ja man sieht es ja nur der führer der mittelmächte kann also spricht sehr wenig für unser bündnis aus sicht japan und sehr viel gegen unser bündnis aus sicht japan ach so also sie wollen nicht warum denn ähm weiß ich nicht warum sie nicht wollen kulturelle differenzen differenzen wahrscheinlich ja das wäre tatsächlich nicht gut weil japan wäre ein starker partner was ich mich allerdings frage ist ob man vielleicht eventuell wenn die usa zur umkehr vom kommunismus bewegen könnte das ist sehr sehr kostspielig glauben sie nicht das wird eine mammut aufgabe sein ja aber zumindest könnten wir vielleicht schaffen amerika dahingehend zu destabilisieren dass es vielleicht eventuell probleme bekommt im eigenen land dass es mit sich selbst beschäftigt ist wenn sie wissen was ich meine aber ist es in unserem interesse das das voranzubringen das ist die frage naja ich sag mal so sollte der krieg gegen russland irgendwann mal aufkommen aus welchen gründen auch immer ähm wird wahrscheinlich der kommunistische cousin russlands auf russlandseite stehen naja ich verstehe was sie meinen die frage ist was ist denn unser vordringlichster feind wahrscheinlich äh fürs erste würde ich sagen england und da bietet sich natürlich an dass ähm der osmane das bündnis des engländers verlassen wird aber wir sind technologisch halt noch nicht so weit wir sind auch auch vorbereitungstechnisch sind wir halt noch nicht so weit dass wir england jetzt angreifen könnten auf seiner auf seiner festung england ja das stimmt also das das wird noch nicht funktionieren da gebe ich ihnen vollkommen recht ach hm was ähm was vielleicht noch möglich wäre ist wenn man jetzt die schwäche bisschen was der osmane wird natürlich jetzt versuchen ähm in asien aber wie will er das denn machen wenn er nicht mehr im bündnis ist ja das ist eine ausgezeichnete frage wie will er seine truppen denn dahin schicken eine sea invasion vielleicht ja sagen wir es mal so ich habe keine angst vor der militärischen stärke des osmanen oder des engländers also ähm da da würde ich mir tatsächlich kaum sorgen machen was das betrifft also der russe ist unser problem der russe wird höchstwahrscheinlich das hauptproblem sein ja also rein was die stärke betrifft dementsprechend wäre es natürlich ideal wenn wir es schaffen den japaner zu umgarnen und genau und die niederlande wären auch interessant weil bevor sie sich hier der engländer einverleibt oder ins bündnis einlädt wäre es ja auf jeden fall besser wenn wir das machen können ging es nur um die ressourcen wir haben ja gesagt wir mischen uns nicht ein in die pazifik äh territorial verstrickungen aber wenn wir länder bei den mittelmächten haben deren niederländer in pazifik liegen ist natürlich unsere pflicht naja also ich sag mal so niederländisch neuginea genau das ist ja nicht pazifik das ist ja asiatisch aber ja das ist alles pazifik ist alles westlich von australien das ist ja per definition okay ja dann aber wie sieht es aus mit den niederlanden wenn denn die niederlande also wir müssen japan brauchen wir auf jeden fall kann man denn können sie den japan docking rechte anbieten oder irgendein nonsens dass hier vielleicht ja die stimmung ich könnte docking rechte erfragen bei japan lieber anbieten anbieten wollen sie nicht naja ok können sie nicht gebrauchen sagen ich hab schon die garantie ausgesprochen auf japan falls jemand japan haben will ich meine schaden möchte dann haben wir da eine möglichkeit aber schwierig mit japanern japaner sind sehr traditionell und sehr in sich gekehrt ja wie deutschland und österreich auch aber hm ist überhaupt nicht expanditorisch gerade also japan ist ja zufrieden mit dem was sie jetzt gerade haben ja was mir ein bisschen fehlt ist die aktion wissen sie was ich meine ich verstehe schon das problem ist wir haben natürlich auch mit dem am ende haben wir abgesprochen dass wir unsere kusine in niederland in ruhe lassen ja dass wir sie nicht angreifen also aber sie zu den mittelmächten zu holen ist schon besser als sie nicht zu holen in unser bündnis ganz genau ganz genau das könnten wir durchaus machen dann müssten wir mal ein bisschen ähm ein bisschen mittel fließen lassen ja das ja das kann man tatsächlich machen weil ja die niederländer sind vielleicht jetzt nicht militärisch die stärksten verbündeten die man haben kann aber die besitzen durchaus eine durch unsere flotten abkommen praktikable flotte würde ich fast behaupten ja dann würde ich erstmal ich würde erstmal die beziehung erstmal verbessern mit ja mach ich auch das ein bisschen erregt ist unsere kusinchen weil belgien verschwunden ist wahnsinn naja weil ansonsten stehen wir momentan wir stehen richtig gut da die frage ist natürlich große fragezeichen ist natürlich russland eine eskalation der diplomatischen beziehungen zwischen england und russland wäre natürlich super ja das wäre das wäre ideal zwei riesen die sich nicht wirklich grenzen außer im in indien also im norden indiens und in china das wäre wirklich ideal ja aber die frage ist wenn wir für eine freilassung polens plädieren sind die dann auch gleich unserer diplomatischen einstellungen projekt aber es geht nur um kriegsfall ok oder wir drängen russland dazu polen freizulassen ok ich weiß nicht ob ich das machen könnte warten sie mal kurz ich schaue mal kurz mein diplomatischen ich merke wir haben leider nicht die möglichkeit polen aus den angeln zu heben wenn dann halt nur im kriegsfall oder russland müsste es machen ja ich verstehe ich verstehe das problem ist wir leben momentan in der zeit des umbruchs in dem sehr viel und sehr schnell geforscht wird ja das ist das problem ich produziere jetzt schon marinebomber und natürlich fighter 1 5000 aber ob man da in diese richtung noch so lange gehen möchte wenn wir nicht in den nächsten zwei jahren spätestens krieg forcieren ist natürlich eine forcierung zu jäger 1 das ist nicht unbedingt ja ich habe jetzt die 1 habe ich gerade mal 500 stück ein bisschen mehr als 500 stück also nicht sehr viel ja ich habe schon 5000 dafür Panzer 2 habe ich jetzt schon 600 stück ja Panzer habe ich noch keine produziert ich bin voll auf Artillerie und Anti-Tank ich werde dann ich werde wahrscheinlich hauptsächlich auf Panzer gehen beziehungsweise ich werde meine Infanterie-Division mit Panzern ausstatten mach sie zwar deutlich langsamer aber dafür auch deutlich zäher ja da ist halt wirklich nur auf die Werte zu achten das ist da muss man gut aufpassen dann dass man nicht zu viele Panzer reinpackt oder nicht zu wenig wegen der Panzerung das Problem ist halt die gegendische Truppe kann ja reagieren mit Piercing also mit richtig richtig das habe ich zum Beispiel gemacht die russischen Panzer sollten nicht durchkommen aber ich habe das Problem ist die Russen wird halt mit Mass-Infanterie angreifen wahrscheinlich wenn er das mal machen würde wie sieht denn ihr ihr Design beziehungsweise ihre Struktur in ihren Truppen eigentlich aus für die Infanterie ja ich habe mich dann nach geschichtlichem Vorbild gehalten ich habe ich habe mehrere Truppenarten ich habe einmal die Infanterie mit Anti-Tank und das ist ein 3x2 Template mit 11.000 Mann und dazu sind 4x1 Anti-Tank drin und dann noch 2 Artillerie quasi um den Soft-Damage ein bisschen zu forcieren ich weiß es gibt es gäbe die Möglichkeit hier mit der zu tricksen und 40er Breite zu nehmen für massiv aber ich finde das das hebelt ein bisschen die Spiel-Balance aus wissen Sie was ich meine ich will da eher nicht mehr als 11.000 Mann in einer Division haben ja ich verstehe also meine meine schwere also ich habe 2 ich habe 2 Projekte wirklich ich habe einmal eine schwere Infanterie die ist 14.000 Mann stark mit 6 Artillerie-Platoons ich werde der schweren Infanterie dies eher für den Soft-Attack gedacht werde ich jetzt keine weiteren Einheiten mehr zukommen lassen aber bei der normalen Infanterie werde ich jetzt natürlich die Panzerabwehr reintun Was haben Sie dafür für Werte bei dieser schweren Infanterie? Maximal ganz kurz Die Combat Stats wären interessant Laut meinen Generälen haben wir eine Organisation von 53-3 was nicht sehr gut ist aber auch nicht wirklich schlecht das passt schon so Dann haben wir einen Soft-Attack von 346 und einen Defense von 398 Ok Breakthrough also Durchbruch Durchbruch 17,3 17,3 nur? Ja 17 oder 70? 17 Das ist nur Infanterie und Artillerie Okay Das ist halt nur gegen Soft-Attacks Also meine Infanterie und Artillerie die besteht aus 3x2 Inf und 1x4 Artillerie kommen auf 10.000 Mann mit einem Breakthrough von 76,7 Defense ist halt nur 318 Achso, Breakthrough 106 entschuldigung Ach, das geht ja sonst nicht Heart-Attack 17,3 Ah, ja, 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 gut Dann, 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 dann Ja, das passt Ich will das jetzt mal so testen gegen den Russen Ich habe eben einmal Arti und einmal Interessanterweise habe ich nicht gecheckt dass ich da noch Artillerie mit dazu habe also Anti-Tank damit ich da noch ein bisschen auf Soft-Attack komme weil ich habe die Befürchtung dass die Russen ihre Infanterie Panzer-Templates ebenfalls verwendet Deswegen habe ich die da hingestellt die sind auf der ganzen Linie Aber ich habe auch ein bisschen Experimentelles nämlich, glaube ich, mit der 40er Linie das sind meine Totenkopf-Brigaden Das sind, äh Ah, noch nicht Noch sind sie nicht umbenannt Okay Dann muss ich noch was packen Oh nein, ich habe da Scheiße gepackt, glaube ich Und wie viele? Ich habe sie falsch Falsch umbenannt Ja, mal schauen, mal schauen Ich glaube, ich habe die noch nicht Ich habe mich da vertan Letztens Aber wie gesagt, ich werde da noch Panzer machen aber nur eine 31er-Bataillon mechanisierte und Panzer Aber nur 10 fette Panzereinheiten und der Rest ist nur Mechas Aber es kommt halt mehr als später Interessant wäre für uns, wenn jemand anderes einen Krieg beginnen würde Damit er sich quasi Ja, ja, damit wir die Lehren daraus ziehen können Ganz genau, ja Und ideal wäre natürlich, wenn Sowjetunion und das Osmanische Reich Tendenzen dazu zeigen würden Wir sind, glaube ich, die einzigen, die mal richtig gekämpft haben Das stimmt, ja In diesem Jahrhundert Das ist wohl wahr Aber was nicht unbedingt gut ist, aber Sie wissen, wie ich das meine Obwohl, der Ottoman hat auch ein paar Kriege geführt Ein paar Ja, aber Kleinstkriege Der Russe hat China erobert Davon auch nicht vergessen Ja, das war der kleinste Krieg mit dem grössten Landgewinn Das war ja Ein lächerlicher Wahnsinn war das Aber diese ewig lange Grenze könnte natürlich irgendwann mal dem Russen das Geniet brechen Natürlich Das ist nicht leicht zu verteidigen, nicht leicht die Truppen zu versorgen auf so einer breiten Linie Auf einer breiten Front Können wir sehen Wie viel Mann haben Sie denn gerade im Pfälz? Warten Sie mal 6,7 Millionen Ich glaube, ich muss auch auf 6 Millionen aufstocken Ich habe 4,4 Millionen momentan Aber weil Sie gerade die große Grenze angesprochen haben Wir haben auch eine relativ große Grenze, zumindest ich Also ich lasse natürlich den Russen nicht sehen, wie viel Ich habe ein bisschen an der russischen Grenze stehen Einfach nur zur Abschreckung Aber der Hauptthema an der Vision ist verteidigen Ländereien Ja, ja, das ist bei mir auch so An der Grenze stehen nur 2, 3 pro Feld Einfach mal so Ja, es wäre Also endlich will ich kriegslüsternd wirken, aber Naja Ich verstehe schon, was Sie meinen Ich verstehe schon, was Sie meinen durchaus Wollen wir Wie sieht das aus, wenn wir uns in Südamerika etablieren? Dann würden wir aber einen Krieg gegen Amerika fokussieren wahrscheinlich Amerika hat so gut wie jedem südamerikanischen Land die Unabhängigkeit gewährt So gut wie oder jedem? Ich schaue gerade Ecuador ist noch frei Kolumbien Ne, Ecuador Hast du recht Ecuador Nicht Kolumbien Ja Ecuador wäre noch frei Aber in Ecuador ist quasi kein Rankommen Über unseren Verbündeten Mexiko wäre das nicht unmöglich, sag ich mal Ja, aber da müsste Mexiko Ecuador den Krieg erklären Und das wird wahrscheinlich nicht passieren In diesem Jahrzehnt Oder wir Wir scheissen auf Amerika Und lassen Amerika dann einfach kommen Könnte man auch so machen Ja, boah Das Problem ist, Amerika hat ziemlich eine grosse Flotte Ja, aber Amerika ist technologisch gesehen Also die haben ihre Technologiefortschritte sehr stark vernachlässigt Der Kommunismus scheint der Elite nicht gut getan zu haben im Lande Vielleicht gab es eine Säuberung, wer weiß das schon Ähm, die Russen, die Russen, die Kommunisten säubern einfach gerne Hm Das ist schwierig Ich würde Was ist mit Norwegen oder Schweden? Was ist mit Schweden? Äh, Schweden ist Geschützt von England Norwegen ist nicht geschützt von England Also Norwegen wäre eine Möglichkeit Wir könnten ein gemeinsames Maximum gegen Norwegen machen Durchaus Und warum ist denn Schweden geschützt von England? Ich weiß es nicht, weil England da uns Steine in den Weg legen möchte wahrscheinlich Achso, okay Hm Also Optionen haben wir einige Mir wäre es eigentlich Also für mich spielt es keine Rolle Ob es Südafrika ist oder Nordeuropa Soll mir beides recht sein Wie meinen sie das? Was äh Naja, was wir jetzt forcieren Was wir jetzt machen Natürlich erstmal ähm Niederlande versuchen reinzuholen ins Bündnis Naja, das wäre ideal Also wollen wir das anstoßen hier äh Komplett autoritär zu machen Fünf Prozent Ja, 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 ja Okay, und natürlich Ja, also ich bin äh, kam sehr gut mit ihnen aus Ich halte nicht viel von den Niederländern, aber sie lieben mich Na, sie machen halt die freundliche Meinung von mir Minus 13 Ja Aber es verbessert sich mit der Zeit Dann wissen sie, wo wir hier hin müssen Also die Niederländer werden, also Japan wäre natürlich mein bevorzugter Verbündeter Ja, wie gesagt, meine auch Wir jetzt natürlich da mit dem Fuß in Russland Äh, im Russland Hintern wollte ich schon sagen Im Rücken Russlands natürlich Problem ist, Japan Schwierig, schwierig, der Herr Ja, mehr als verbessern können wir nicht Von daher Aber ich denke mal, in Japan wird noch ein Umbruch stattfinden Das Land ist technologisch auch nicht so weit fortgeschritten Ja, das ist eben, das ist ein Problem Ich glaube, der erste, äh, der grosse Weltkrieg hat die Welt in Schockstarre versetzt Ja, wir werden sehen Warten wir jetzt mal ab, was der, äh, Ottomane macht Oder wie er es macht Ja, ich glaube, ich werde ein paar Luftschiffe von mir Wölf Luftschiffe Hm Da habe ich noch zwölf Luftschiffe Und Museumsstücke sind das, ja? Ja, ja, das, hm Naja, ja, wenn wir keine Pläne haben, dann können wir mal nichts grossartiges verwirklichen, wie es aussieht Bei mir werden Fabriken und Infrastruktur gebaut Also wie gesagt, wir können gerne gegen Norwegen vorgehen Ja, das, hm Ist dann ja auch nicht das, was, äh, gewünscht ist Sonst würdest du, ja, es ist langsam, es ist schwierig, es ist schwierig Ähm, wir können natürlich auch, äh, wir können natürlich auch die Schwäche des, das des Türken ausnutzen, weil er nicht mehr verbündet ist mit den Briten Ja, aber das ist schnell gemacht Das Problem ist, wenn wir den Türken angreifen, dann, äh, haben wir Krieg mit England Und wenn, äh, wir England nicht direkt angreifen können, dann wird das ein Krieg sein, den wir nicht gewinnen können Und was ist, wenn der Russe dann interveniert und uns ebenfalls den Krieg erklärt? Ja, deswegen, wir müssen jetzt mal abwarten, also wir können auch gerne in Südamerika müssen intervenieren Das ist, ähm, denke ich, kein Problem Ja, das Problem ist, es gibt nichts in Südamerika, wo man intervenieren kann Das stimmt allerdings, das stimmt, ja Kanada Ecuador Kanada ist ja mit England verbündet Das ist, äh, schwierig Müsste man, äh, befreien Was mit Australien, ebenfalls noch mit England verbündet, ja Ja, 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 die ewig alten Bündnisse, ja Ich fühle mich nicht wohl, in Goa bin ich umrimmt von, äh, Royal Guard Truppen hier Woa? In, äh, eine kleine Bastion des österreichischen Reiches in Indien Na gut Na gut, dann, ähm, gehen wir wieder hoch zu den... Ja, dann hilft's allen nichts Dann, äh, verbleiben wir im Aufbau Ja Können wir nichts machen, ne? Ah, mir ist leider nicht möglich So, die Herren, wir sind wieder da Wir kommen zurück Wippe Ah, hallo, willkommen Ich habe irgendeinen herrlichen Bug, dass ich Britannien nicht nach, äh, Docking Rides fragen kann, um... ... so den... ... Naval Supply Toy, äh, herzustellen Das ist Wahnsinn Das Spiel hat einfach keine Lust, dass ich Indochina bekomme Kann sie, kann sie große Teil nicht einfach Dockingrechte offerieren? Nee Warum nicht? Ist nicht... Gibt's nicht Die Option Ähm, wann, wann ist denn, ähm, die Türkei ausgetreten aus dem... Äh, Februar, März, warum? Kann in Russland Docking Rides zur Verfügung stellen Sind schon zur Verfügung gestellt, aber bringt leider auch nichts Ich muss ja dort durch Indien, da unten So, schon hat schon, aber ich hab nix in der Nähe Ja, es ist ganz einfach Alle drei Kriegserklärungen rauswerfen Wieder in den Schoß Des Bündnisses gehen Alle Truppen nach Indien Indien, äh, England mit reinrufen und von dort aus angreifen Wer hat der? Stimmt Ich muss sagen, das ist ja ganz simpel Ganz simpel Wie lange hält die Rechtfertigung? Weiß ich, äh, ich mein, zwei bis drei Monate Und selbst wenn der Krieg einfach erklären, ist es egal, es sind Länder oder Truppen Am wichtigsten ist, dass Laos ist, weil wenn Laos erst mal ist und es dann verteilt wurde an den Dann kannst du da Truppenstechniken von da aus weitermachen Ja, eigentlich müssen wir ja Laos Aber die Rechtfertigung bleibt ja auch bestehen, wenn ich jetzt in Bündnis reingehe wieder Ja, aber Herr Sultan, Sie können auch den Krieg erklären, wohin sollen denn diese Länder ihre Truppen schicken Richtig Na, ins Osmanische Reich, die Häfen sollten gesichert werden Der Krieg kann schon erklärt werden, auch gegen Kaboccia, wo jetzt schon der Krieg sie besteht Der Krieg kann ja trotzdem erklärt werden Ganz genau Kann ja nichts passieren Solange der Krieg nicht auch, äh, also solange nicht England in den Krieg gerufen wird, sollten keine Truppen an der Grenze stehen Es werden nur mehr Truppen aus der Landes geschickt, um den Sultan aus Istanbul rauszuzerren Konstantinopel, entschuldigen Sie Was ist das? Deswegen kann ruhig Krieg erklärt werden Ach, ja, 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 ja Und wenn dann alle drei hier raus sind, kann da, kann immer noch zum Briten zurückgegangen werden Ja, ich brauche noch drei Prozent, dann bin ich demokratisch und dann komme ich wieder zurück Schatzi, Smasher Haben wir was verpasst? Ja, anscheinend wird das komplette Roleplay hier einfach, äh Über ein Board geworfen, richtig? Ja Was ich denen auch gerade eben schon dreimal gesagt habe Ich hatte, äh, früher könnte man ja auch eine Liebesbeziehung, ich weiß das schon Homosexualität ist verboten im, äh, Oran Ja, ich wollte sagen, im Osman, richtig, im osmanischen Reich Ja, aber es herrscht doch religiöse Freiheit, so wie wir das gehört haben Ja, aber der Sultan sollte schon, äh, ein Nachfolger Mohammeds sein, der... Vielleicht ja nicht Dass wir natürlich seine Position als, als, ähm, als Führer natürlich schwächen, ist ja klar, aber, ne? Dass die Informationen jemals an die Außenwelt gelangen Überhalten ist für uns Ist freundlich Diese Information könnte noch nützlich werden später Das stimmt, ja Und dann, 36 Knoten Meine Herren Der Deutsche Kaiser Optimiert hier gerade seine Modernisierte Flotte 35,9 Knoten Bei Leichten Kreuzer ist es okay, oder? Ja Mit Sicherheit Also meine fahren mit 40,1 Das sind jetzt 42 Aber, reicht auch Ja Der österreichische Kaiser hat sich dazu entschlossen Einen Schritt in die Modernisierung zu machen Und die Und die Altgedienten Und, äh, leider Schon historisch Schon antik anmutende Zeppeline Aus den Diensten der österreichischen Luftwaffe zu entlassen Hört, hört Eines, äh, wird ausgestellt Ein, äh, ein altes Stück, das den Deutschen, äh, geliehen wurde Und, äh, die Hindenburg Die wird dann in, in Salzburg Wird die ausgestellt Alle anderen werden leider abgebaut Hilft nichts Über 86 Zeppeline Könnten wir vielleicht auf 4 hochstellen, oder? Ja Dann, für Jahre noch geht's Sehr gerne Ja, das funktioniert Ähm Wir bewahren unsere Zeppeline noch in weiterer Nutzung Warum? Die Kosten wären zu intensiv, diese abzuwracken Was, warum denn? Kostet das was? Nein, aber es wäre schämtlich, wenn man 1200 Zeppeline wegschmeißen würde Oh mein Gott Oh mein Gott Damit können Panzer gebaut werden Also wir werden, wir werden die, die spanischen Zeppeline, die wir erbeutet haben, werden wir natürlich demontieren und daraus Die Materialien werden wir der Heilsarmee zukommen lassen Und die restlichen Zeppeline werden wir ganz kreativ benutzen, zwar für die Ausbildung unserer Marine unserer Marineoffiziere, zwar für nautische Ausbildung Funktioniert auch übrigens in der Luft Ein, ein Luftschiff steuert sich fast genauso wie ein Schiff auf Wasser Da brennt nur weniger Treibstoff Wow Das ist super Leider ist die österreichische Marine fühlt sich nicht dazu verpflichtet, eine Flotte zu unterhalten Deswegen, naja Das ist auch für das österreichische Volk keine Option, die Zeppeline zu behalten Aber einen habe ich ja behalten Ausbildungsstücke Ja, für Wie mürrisches Volk darauf ist, Ausbildungsstücke gehen immer durch Ähm, im Falle eines Krieges darf man doch in den Konferenzraum kurz gehen, oder? In den Kriegsraum? In den Kriegsraum Ähm, Herr Brite? Ja Wollen wir kurz mal in den Kriegsraum? Ja Ja Dieser Slang zwischen den beiden Herren Anscheinend, ja Ziemlich seltsam Wahrscheinlich neumodisch, oder Englischer, weiß ich nicht Keine Ahnung Muss man nicht wissen Ich weiß nicht, ob die Queen darüber so im Use wäre, aber naja Ich glaube nicht Naja Ich glaube, der würde das gar nicht gefallen, und das zu Recht Zu Recht Zu Recht Wie hieß denn beim Kommunistischen Vorsteher aus? Was? Die einzige Schiffsbegrenzung belagt sich nur auf den Flugzeugträger mit 4 Stück, ne? Ja Die Anzahl Also außer der Gesamtanzahl Ich glaube, ich habe mir die Anzahl nicht mehr gemerkt Wie viele Schiffe darf ich jetzt noch produzieren? 250 Schiffe ab 1936 250 Schiffe, okay Ich habe mir mal eine Zahl aufgeschrieben, ich darf maximal 930 Schiffe besitzen Danach müssen alte abgewrackt werden Ich war so... Ja, aber es dürfen auch keine neuen mehr gebaut werden, anstelle der alten Jaja, ich kann aber alte abwracken, wenn ich will Jaja, das schon, aber Nur 250 neue Schiffe dürfen gebaut werden Deutschland wird seine Flosse modernisieren Komplex Wir werden vorbildlich sein Wir werden uns in diese 250 Schiffsmarken Marker Halten Davon ist auch auszugehen Das Bei Nichtanhaltung Wie war das noch mit? Handelsembargo war das, oder? Nein, kein für Minen Ach nee, bei keinem für Minen war es ein Handel Ansonsten bei Vertragsbruch Ganz genau Stimmt, ja genau Genau, genau Also da ist Potopar die Fische So gesehen ja Das ist ein Das ist ein